Äh, haben wir noch Gravel da? Ja, müssen wir unten gucken. In der Küste. Ah ja, da ist noch. Gravel sollten wir in Massen haben. Nein, eigentlich nicht. Ich nicht? Ach ja, richtig. Das wird ja alles zerstört beim runterfallen. Ja, das... Nee, eigentlich 50% könntest du da raus, ungefähr, oder? Und also... Nein, ich könnte dir... einen Brick herstellen, aber... Concrete Reinforced. Genau. Okay, so rum nicht. Also, das heißt, du brauchst... Uh, wo ist die? Äh, vier... Müsste ich jetzt einen Moment... Und... Ja, Concrete Reinforced. Du brauchst vier Short Metal Pipes und fünf Concrete. Und dann kriegst du vier Reinforced Concrete. Und das hat eine Hartness von 6,25. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. 6,25... Wär dann... 3,125... Äh, Quatsch. 3, Doch, 1,25. Und das dann... Wo ist das Gras? Ich brauch Fackeln nicht. Ja, das heißt, wir hätten, äh... Durability von 4. Verstehe, ich hab's gerade rausgeholt. Da unten, rechts. Und wie mach ich mir damit Fackeln? Stick und das Gras. Warum kann ich Woodpillers nicht verfeuern? Ach, egal. So. Machen wir mal ein bisschen Wasser, ne? Weil ich ja kein Mindfilen mehr hab. Weil irgendjemand den vergessen hat. Ja, was verlierst du denn auch einfach? Ey, immerhin haben wir nicht eingeschmolzen, ja? Ja. Doch, hab ich heimlich jetzt. Kann man den überhaupt einschmelzen? Genau, Dennis hat ihn zwar mitgenommen, aber er hat ihn über eingeschmolzen. Ja, könnte man. Anstatt ihn mir zu geben. Ja. Stefan, wir brauchen das Eisen. Lass mich ja kurz dran, dann kann ich da noch Scrap mit da rein. Ah ne. Ich hab da gerade was reingeschmolzen. Sonst hier oben links. Ja. Oben links kann ich. Ich tu's in der Kiste. Bin ich eigentlich immer noch der Roboter? Hin und wieder, aber jetzt konnte ich nicht mehr. Okay. Die Frage ist, sollen wir mit Concrete bauen, oder? Ich weiß nicht, brauchen wir dafür viel Eisen, weil wir wollen jetzt die Rüstung machen. Eigentlich. Ja, ich denke, Eisen kriegen wir genug, wenn wir das Zeug, was ich ja vorher gefunden hab, abernten. Ja, viel Spaß. Das war nur ein Vorschlag. Hm. Also das Reinforced ist schon, schon gut. Wenn wir damit unsere komplette Festung außen auskleiden würden, dann bräuchten die sehr lange, um durchzukommen. Können wir sie dann von oben theoretisch weg machen? Abschießen? Ja, klar. Ich baue ja gerade einen Wehrgang außen rum. Du baust, so wie... Ne? Ne, ich baue einen Wehrgang außen rum, wo man sich wirklich ganz vorne auch hinstellen kann. Um runterzuschießen. Okay. Das wird schief gehen, Dennis. Ich seh es. Wo wir dann theoretisch noch so Plattformen nach außen rüber bauen könnten. Mit Eisen kannst du ja acht Blöcke hintereinander bauen, wo sich Leute draufstellen können. Also ist das alles möglich. Danke, Meister. Äh... Ja. Proper. Er hilft, wo er kann. Und proppt. Sollen wir mal beim Graben helfen? Prop, prop. Wo hast du Knochen reingetan? Knochen? Mhm. Knochen. Knatsch bauen? Mhm. Ob rechts. Ahja. Wieso? Sammelst du die immer noch? Brauchen wir die mittlerweile für was? Nö. Ja, weil die nehmen ziemlich viel Platz weg und die bauen wir nicht. Achso. Keine Ahnung. Ja gut, dann lass ich die jetzt. Daraus kann man sich theoretisch ja auch Messer herstellen, die nicht ganz so gut sind, aber... Ja eben. Ja, aber wir brauchen kein Eisen. Ja und? Wo hast du Öl drin? Öl? Äh, auch rechts davon. Achso. Also, da irgendwo. Ja. Was macht denn da? Äh. Wozu braucht man Öl? Keine Ahnung. Sie soll mal Kaffeebohnen anpflanzen, ne? Kann die auch einfach anpflanzen? Keine Ahnung. Kann man testen? Weißen, ne. Ich dachte, kann man nur finden. Ja. Also, wir waren ja da. Probier's aus. Kann ich das mal machen. Kann ich das mal machen. Wir brauchen Kaffee. Okay. Ich hab jetzt oben erstmal noch das zweite Feld mit Kartoffeln angepflanzt, damit wir erstmal Essensvorrat bekommen. Komplett? Alles voll? Ja, ja. Ja. Auf die andere Seite baue ich ja eh nochmal ein neues Feld hin. Ja, ja. Also von daher. Ich tu die Kaffeebohnen mal mit zu den Getränken, weil wir die ja eh dafür bräuchten. Hm. Ich hab mal im Creative-Modus auch den Kaffee ausprobiert und der Effekt ist nicht zu verachten. Also, man regeneriert pro Sekunde, glaub ich, zwei Stamina. Mhm. Was durchaus sinnvoll ist. Ja, baut man auch schneller ab oder so? Äh, ja. Dadurch, dass du eben dauernd Stamina regenerierst, baust du natürlich auch schneller ab. Ach so. Okay. Im Endeffekt. Hm. Weil du zwischendurch keine Pausen mehr machen musst. Ja, geil. Ich wusste schon immer, Kaffee, äh, ne? Ja, sicher. Na, Kaffee ist dein Freund. Äh, nicht nur meiner. Na, meiner auch. Eben. Ah, ach Gott. Wir haben einen gemeinsamen Freund und hier sind Kaffeebohnen. Ach der denn hier? Scheiß. Äh, ja. Wo kommt... Ach, ich frag gar nicht mehr. Was denn? So viel Stone hier. Vielleicht baue ich das doch mit Cobblestone außenrum. Ich mein, Cobblestone hat immerhin auch eine Hardness von 4. Das ist genauso gut wie Konkrete. Graviel. Ja, Cobblestone. Dann würde ich Cobblestone nehmen erstmal. Ja, dann nehm mal Cobblestone. Bissar später, aber dann... Dann nehmen wir Reinforced Concrete, um die Pfeiler zu schützen. Und Cobblestone einfach um die Mauer außenrum zu bauen. Seid ihr damit einverstanden? Ja, ja. Es sei dir gestattet. Danke. Ja, ne? Zugültig. So sind wir. Meistens nicht. Ja, aber heute ist ja... Freitag. Gütig sein Tag. Genau. Ihr seid so gemein. Ja, ja. Aber hab ich drei Taschen oft. Aber... Man muss mit Leben, ne? Ja. Gehen wir dann gleich ein bisschen auf Hirschjagd, damit wir Leder kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Könnten wir machen, aber dafür würde ich mir ne Waffe raussuchen, mit der man schießen kann. Wir haben gar kein Leder. Ja, hier. Crossbow. Ja. Kein fucking Leder? Warte, ich baue mir auch noch kurz ne Crossbow. Warum haben wir kein Leder? Ich wollte nämlich auch noch gerne eine haben. Da Stefan sowieso lieber mit Schusswaffen spielt, braucht er keine Crossbow zu haben. Er hat schon eine. Warte mal, Yucca Fibers? Das ist kein Plant Fiber, ne? Kannst du daraus machen, glaube ich, ja. Aber warum? Für die Crossbow. Ach so, ähm... Ich brauche ja vier Plant Fiber. Ach so, vier. Ja, musst du daraus draus machen. Aber nicht alles, weil das brauchen wir ja vier nicht. Anderes Zeug. Für was? Anderes Zeug. Antibiotika, Bandages und so. Also nicht alles im Plant Fiber verwandeln. Äh, natürlich nicht. So, was haben wir noch? Natürlich nicht. Ich werde keins mehr in Plant Fiber verwandeln. Hab schon alles. Alles weg. So, meine... So, dann würde ich da jetzt mal gucken, wie viel können wir denn daraus... Hä? Okay, daraus nicht. Ach, wahrscheinlich das Cobblestone. Stimmt, dann könnten wir uns auch Steintreppen bauen. Das Cobblestone. Was ist das denn hier? Tube Concrete No Disord. Was? Was willst du? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Was willst du denn vom Spiel? Wir brauchen Small Rocks für die Pfeile, oder? Haben wir hier bei den Stein. Okay. Dann nehme ich mir mal ein paar Federn. Mache ich direkt mal einige Pfeile daraus, ist ja egal. Die Eier könnten wir übrigens mal sinnvoll dann auch verwenden, um den Kuchen zu backen. Hier, wenn ich weiß, was man dafür alles braucht. Ja, hab ich ja gesagt. Wir brauchen Kornmehl. Ein Wasser. Ein Ei. Das Problem ist nur, wenn die das nicht gefixt haben, können wir das nicht machen. Blueberry. Ja, richtig. Hast du Korn mal angeplant, den mal eins? Nein. Deswegen brauchen wir ja das nächste Feld da oben. Das suche ich mal. Ich habe jetzt aber ein Korn. Small Rocks und... Ach, ein Stick. Genau. Ja, Sticks habe ich ja. Äh... Small Rock. Prüfen wir mal. Oh, fünf Stück. Krass. Abschauen, geh weg. Ich werde das alles hier reinhauen. Chris Paul, Stick und ne Feder. Ja, wunderbar. Na komm. Oh, nein. Mist. Äh... Ich brauche mehr Sticks. Reicht das? Zehn. Das sollte reichen. Oh, 60 Sticks. So. Dann lass uns mal auf Hirschjagd gehen. Ja, dafür brauche ich noch grad ein paar mehr. Grüßt Hirschman von mir. Ja. Oh, ich kann jetzt... Ich hole mir grad noch ein paar Rezepte. Um zu leveln. Was auch immer das bringt. Noch nichts. Ja, und dann wird's eingeführt und ich denk mir so, wow, geil, ich bin jetzt voll inbound und so und dann brauchen wir wieder einen neuen Server. Ja, das würde ich sogar stark vermuten, dass wir das nur brauchen. Ja. So ein Campfeier hab ich jetzt auch als Rezept. Ist ja Wahnsinn. Du bescherst Rezept hier. Absolut. Ich hoffe, die Pflanzen wachsen hier oben ein bisschen schneller. Wir müssen sie näher zur Sonne bauen. Ja. Näher zu Gott. Und... Zack. Okay, ich wär bereit für die Jagd. Ja. Ich hab jetzt 25 Schuss, ich weiß nicht. Ja, genau. Ich blase, ich blase den, äh, zur Jagd. Naja, 30 Schuss, das... 29 Schuss. Das... Oh, ein Hundi. Sollte ja reichen. Ach, du baust Hundis hier auch sogar schon einen Weg hoch, ist das nicht schön? Was? Du baust denen hier einen Weg hoch, damit sie auch auf unsere Mauer brauchen können. Ja, sicher. Sehr tierlieb. Ja, wir haben da doch eine Tür, also eigentlich sollten die da gar nicht hochkommen. Ja, hier. Hier kommt alles hoch. Äh, ja, Moment, das war ja nicht geplant, das so zu lassen. Hm. Ja, dann mach's weg. Dann baue ich das kurz noch zu. Ich mach mal die Zombies, die da gerade auf dich zukommen, Tod. Das ist aber nett von dir. In Hoffnung, dass sie Federn haben. Nein, da nicht. Achso, der Hund liegt da drin. Okay. Zwei, drei... Auch nicht. Sechs, sieben, acht. Auf jeden Fall haben sie das Holz wieder ein bisschen entschärft, weil wir... Weil ich auf jeden Fall ausprobiert habe, dass man neun Schläge dafür brauchte. Also das ist wieder ein bisschen netter geworden. Bisschen, aber nicht so... Vielleicht hattest du einfach keine Ausdauer. Ne, ich hab's im Creative benutzt. Ja, 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 ja. Da ist im Creative keine Ausdauer. Genau. Vielleicht ist der Creative-Mode aber einfach nur Buggy. So wie die Welt hier bei mir. Hm. Völlig da runter? Ich will's gar nicht ausprobieren. Los, probier's aus. Komm auf die dunkle Seite. Zu denen ohne Mining-Helm. Wir finden schon einen für dich... Äh, ich würd' sagen, wir gehen aber in unterschiedliche Richtungen auf die Jagd, oder? Ja, ja. Es ist kein Blödsinn, dass wir gleichzeitig suchen. An einer Stelle. Haben wir nur halbe Chancen zu... Nur da die so selten sind hier, glaub ich ähnliches. Ich hab einen gefunden. Ja, schön für dich. Ich nicht. Äh, wär's am sinnvollsten, Headshot zu geben, oder? Immer zwei Schüsse. Immer. Auch wenn man undetected ist? Dann weiß ich nicht. Weil theoretisch macht das ja Double-Damage. Das gibt's doch nicht. Ich treff immer nur in die blöden Sträucher rein. Äh, verschwindet die alle unsere Pfeile. Ja, tu ich auch gerade. Äh, hör auf. Ich bin echt schlecht im Schießen. Kann man nicht anders sagen. Leg die Armbrust weg und bau weiter. Ne, jetzt hab ich ihn grad getroffen, aber undetected ist... Kein Unterschied. Hm, aber das müsste doch... Ne, es macht keinen Double-Damage bei Tieren. Nur bei Zombies, wie's aussieht. Was ist denn das? Lächerlich. Und ich hab noch nicht mal Leder von dem bekommen. Also, Haut. Ja eben, wir haben bisher noch gar nichts an Leder. Deswegen bin ich da etwas schockiert. Gar nichts? Nein. Wir haben vielleicht auch nicht... Also, wir haben das woanders hingepackt. Wir haben ein bisschen Fleisch schon in den Küsten. Ja, zehn Stück. Hm, mehr. Du hast die ja irgendwo beim Essen sind gepackt, ne? Ja. Wir haben ja was in anderen Küsten, der Tiere in den Küsten. Und das aussieht, wenn du da buddelst. Die Erde fliegt durch die Luft und wirbelt alles auf.